Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Teleskoper TSO-PTICS Neptune Spiegel Teleskop. Mit Brennweiteneinstellung über Drehring für professionelle Film-, TV- und Videoproduktionen auch für die Fotografie geeignet. Dieser Motivsucher eignet sich ideal dazu um Bildausschnitt, Brennweite des Objektivs und die Kameraposition zu bestimmen. Dieser Motivsucher hat einen Zoom-Bereich von 11.1 und wird über zwei Einstellringe bedient. Auf der einen Skala lässt sich die benötigte Brennweite für das entsprechende Filmformat ablesen und auf der anderen Skala können Sie die Aspekte einstellen. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen.